Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Lootrader Öffnungszeremonie mit... Oh, ich bin so kuschelig. Ja, du bist so kuschelig, ich weiß. Ja, ich bin nur kuschelig, ich hab Exi. Ja, jetzt nicht machen sollen, echt nicht. Ja, aber wir machen jetzt erstmal die Lootrader Kiste auf, ne? Ja? Ja, super. Ja, machen wir. So, ich pack die mal hier rüber, dann könnt ihr auch sehen, was er hier so treibt, ne? Ja, alles toll. Mein Gott, wir haben als erstes ein T-Shirt, nämlich Grand Theft TARDIS von Dr. Who. Ja, leg ich mal hier hin, finde ich schon ziemlich nice. So, was haben wir denn noch? Ah, nochmal Dr. Who, das häuft sich im Moment. Bring mal was anderes, Big Bang Theory wäre geil. So, dann Dr. Who Pins, leg ich auch mal hier hin, fünf Stück. Oh, ja. So, und hier ist so ne... Hier ist das so hell, ne? Ja. Das ist so hell, ich kann euch die Augen offen halten. Ja, aber ich muss ja trotzdem gucken hier. Und was haben wir hier noch? Chucky, die Mörderpuppe! Rüber! 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 Ja, warte. Hä? Jetzt mal auf einen richtig miesen Trip kommen. Ja. Ha? Könnt ihr den sehen da hinten? Oh, der sieht doch weich aus. Warte, warte, warte. Ja, da guckst du, ne? Also, nach näherer Betrachtung sieht das weich aus. Ja. Ja. Also, er kommt hier hoch. Ja. Ja. Kommt doch. Komm hoch rüber. Ja, ich... Ach. Komm, hopp. Auf den weichen Stuhl. Ja, da bist du ja. Danke. Guck mal. Ja, hier, guck mal. Ist unser deiner Mitbewohner. Ja. Ey! Oh, ich könnte anscheinend nicht leiden, ne? Ne, 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 der ist weich, aber... Ey, ey! Aber aggressiv... Ey, 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 ey! Hey! Aggressiv hier, ich bin weg! Hast du Angst vor Chucky, die Mörderpuppe? Ja. Mein Mann, legen wir mal auch hier bei. So, hier. Äh, dann ist da noch bei ein, äh, Game Key für Zombination 2. Den zeig ich euch jetzt nicht. Meiner! So, und ein... Oh, ähm, ich hab's jetzt, äh, so ein bisschen abgerissen, leider. Äh, und eine Blinktime Wristwatch. Das ist ja cool. Warte mal, die muss ich erstmal hier... Erstmal abreißen, so. Äh, jetzt mal anlegen. Wenn dann ja auch richtig, ne? Wenn man sowas benutzt, dann auch richtig. So. Äh, da haben wir sie dran. Äh, so, und dann schauen wir doch mal. Müssen wir mal irgendwo hingehen, wo es so ein bisschen dunkler ist. Hier im Flur ist es immer besser, ne? So, äh, wie mach ich das jetzt am blödsten? Rübe, wie mach ich das am blödsten, hä? Ja, weiß ich doch auch jetzt. Sag mir das doch mal. Ja. Du Opfer. So, äh, wie mach ich's? Ich muss, ich drück hier drauf. Ja. So, und dann sieht man, dann erscheint die Uhrzeit. Geil, oder? Hey. Geil. Ist schon nice. Oder, Rübe? Ist nice, ne? Ja, aber hier ist weicher. Oh, der Baum ist auch so weich, ne? Ach. Du kommst auch gleich wieder runter. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.